Und zum Thema Korruption und FIFA ist mir Silvia Schenk zugeschaltet, Sportbeauftragte für Transparency International. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja, Unruhen und Streiks in Brasilien, immer neue Korruptionsvorwürfe um die Vergabe der Fußball-WM an Katar. So startet die WM 2014 in Brasilien, Frau Schenk. Sie sind ehemalige Leistungssportlerin, dementsprechend vermutlich sportbegeistert. Beeinflussen Sie die Vorfälle in Ihrer Vorfreude auf das Ereignis? Ja, das beeinflusst einen schon. Ich finde es schade, dass die Großveranstaltungen, es ist ja nicht nur bei der FIFA so, sondern auch das IOC hat Probleme, Bewerber für olympische Spiele zu finden, dass diese Großveranstaltungen inzwischen dermaßen in die Kritik geraten sind und die Verbände bisher darauf keine adäquate Antwort gefunden haben. Wie viel von dem, was momentan an negativen Dingen an die Öffentlichkeit kommt, ist denn dem Agieren der FIFA zuzuschreiben, eben was Korruption angeht und die Zustände in Brasilien? Also die Zustände in Brasilien sind erstmal die Situation in dem Land. Das hat mit der dortigen Politik zu tun, auch wenn so viel Geld ausgegeben wurde. Man hätte zum Beispiel keine zwölf Stadion zu bauen brauchen. Das war keine Vorgabe der FIFA, sondern da hätten zehn gereicht. Das ist also auch eine Entscheidung der Politiker vor Ort gewesen. Also muss man sehr genau differenzieren. Man darf auch nicht die FIFA zu einseitig sehen, weil man dann nämlich diejenigen, die Veränderungen zum Positiven wollen, in der FIFA verprellt und dann bleibt eher alles beim Alten, als wenn man genau sagt, wo sitzen denn diejenigen, die im Moment Veränderungen im Wege stehen. Die britische Zeitung Sunday Times hat über einen möglichen Bestechungsskandal bei der Vergabe der WM an Qatar berichtet. Sie will Belege dafür haben, dass Bestechungsgelder geflossen sind. Qatar weist das bislang zurück. Trotzdem, wie würden Sie die aktuellen Vorwürfe bewerten? Haben die eine neue Qualität? Also es sind neue Dokumente aufgetaucht. Die Vorwürfe selber gibt es ja schon praktisch seit Ende 2010, Anfang 2011, gleich nach der Vergabe an Qatar. Ein Problem ist, dass die FIFA erst relativ spät angefangen hat, dort eine Untersuchung einzuleiten. Das hätte man viel früher machen müssen. Was ich bisher an Dokumenten gesichtet habe von der Sunday Times, spricht für ein sehr aggressives Lobbying für Qatar. Das machen aber andere auch und haben das in der Vergangenheit gemacht. Da muss man dringend einen Riegel vorschieben. Aber bislang habe ich noch keine Dokumente gesehen, die konkret eine Bestechung von Exekutivkomitee-Mitgliedern, die über die Vergabe entschieden haben, nachweisen können. Die Kritik wird aber auf jeden Fall immer deutlicher. Mittlerweile werden für die Struktur der FIFA sogar Adjektive wie mafiös oder kriminell verwendet. Trifft das zu aus Ihrer Sicht? Es kommt darauf an, wie man Mafia versteht. Das ist ja auch der Titel des Buches von Thomas Kistner, FIFA-Mafia. Das ist sicherlich erst mal ein gutes Schlagwort. Was sicher richtig ist, dass sich in der FIFA Netzwerke breitgemacht haben. In den vergangenen 30, 40 Jahren, viele sind ja sehr, sehr lange im Amt gewesen oder noch im Amt. Und da hilft einer dem anderen. Und dadurch haben sich Machenschaften eingespielt, die dringend unterbunden werden müssen und heutzutage überhaupt nicht mehr akzeptabel sind, wenn sie es denn je waren. Dazu gehört natürlich auch der Präsident Blatter, der jetzt noch mal kandidieren will. Andererseits aber sagt, wir brauchen in der FIFA dringend eine Amtszeitbegrenzung. Und da sollte er mit gutem Beispiel vorangehen. Wie viel hängt denn aus Ihrer Sicht tatsächlich an Josef Blatter? Wie sehr ist der verantwortlich? Ja, er ist der Chef von der FIFA jetzt als Präsident seit 1998, war vorher lange Generalsekretär. Und alles, was in den letzten Jahren zutage getreten ist, obwohl da zum Teil ja schon Konsequenzen gezogen wurden, sechs oder sieben Exekutivkomitee-Mitglieder sind aus dem Amt gejagt worden. Aber das hat sich ja alles entwickelt unter seiner Präsidentschaft. Und er schafft es jetzt auch nur mühsam aufzuräumen. In manchen Bereichen ist es noch gar nicht gelungen, sonst gäbe es ja diese Diskussion nicht. Und das zeigt, dass er auch nicht die Glaubwürdigkeit in der Sache hat, um weiter an der Spitze zu stehen und eben zu signalisieren, wir führen die FIFA wirklich in eine völlig andere Richtung. Also da wären sicherlich neue Leute besser. Einige UEFA-Vertreter, vor allem die aus Europa, sehen das ähnlich. Sie haben von ihm den Abschied als FIFA-Chef gefordert und das auch mit deutlicher Kritik verbunden, was es ja bislang in dieser Form eher nicht gab. Überrascht Sie diese Rebellion? Ich halte das für eine konsequente Haltung. Das musste jetzt auch mal deutlich gesagt werden, nachdem Herr Blatter ja angekündigt hatte, 2011, dass er nicht noch mal kandidiert, immer diejenigen angegriffen hat, die aus seiner Sicht gegen eine Amtszeitbegrenzung waren, während er sich jetzt noch mal wählen lassen will. Also insofern zeigt das ja, dass in der FIFA, was in Bewegung geraten ist, das ist noch lange nicht die Lösung. Aber es ist jedenfalls besser, als wenn gar nichts passiert. Warum wenden sich denn ausgerechnet die Europäer gegen Blatter und wie sehr stehen Mitglieder aus anderen Kontinenten noch hinter ihm? Wie ist sein Rückhalt aus Ihrer Sicht? Ich habe den Eindruck, dass er im afrikanischen und asiatischen Kontinent noch sehr viel Rückhalt hat. Über Amerika, Südamerika kann ich wenig sagen. Australien, Ozeanien sicher nicht. Und Europa weiß ich auch nicht, ob das eine einheitliche Haltung ist. Da ist es sicherlich eine Mischung. Zum Teil liegt ja vielleicht auch ein kleiner Wahlkampf darin. Man hört ja, dass Platini möglicherweise Blatter beerben wird oder beerben will. Das muss man natürlich dann deutlich auch unterscheiden. Wird hier Wahlkampf gemacht oder geht es um inhaltliche Positionen? Aber im Moment ist meine Einschätzung, alles, was Bewegung in die Personalsituation bei der FIFA bringt, kann der FIFA nur guttun und dafür sorgen, dass das, was wir als Erstarrung und auch als negative Netzwerke im Moment noch haben, dass das aufgelöst wird. Selbst wenn jemand dann an die Macht käme, der momentan auch zu der vordersten Reihe der FIFA gehört, also im Prinzip zu den alten Strukturen, würde selbst das das irgendwas bringen? Auf jeden Fall. Solange das gemischt wird, indem vielleicht auch neue Leute, und es müssten ja dann irgendwelche nachrücken, in das FIFA-Exekutivkomitee kommen, ist schon etwas gewonnen. Man sollte allerdings auch unserem Vorschlag von vor drei Jahren folgen, unabhängige Leute noch zusätzlich als sogenannte unabhängige Direktoren in das FIFA-Exekutivkomitee mit reinzunehmen, die also nicht direkt über die Kontinentalverbände dort reinkommen, also nicht angebunden, nicht in der Pflicht gegenüber ihrem Kontinent und weiteren Verbandspräsidenten sind, sondern unabhängig in die Entscheidung mit eingebunden sind. Das wäre sicherlich hilfreich, um Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Herr Blatter wirft seinen Kritikern vor, die Vergabe der WM an Katar aus rassistischen Gründen abzulehnen. Was glauben Sie, steckt dahinter? Wie ist das zu bewerten? Also es gibt im Moment aus meiner Sicht durchaus eine einseitige Sicht auf Katar. Es wird gar nicht geschaut, was war denn mit der Bewerbung von Russland, was war mit der Vergabe an Deutschland 2006. Auch da hat es immer wieder Korruptionsvorwürfe gegeben. Wenn, dann muss man sich, glaube ich, alles anschauen und jetzt nicht einseitig auf Katar blicken. Ich würde mir nicht den Rassismusvorwurf zur Eigen machen. Man muss aber deutlich sehen, wenn Katar Bestechungsgelder gezahlt haben sollte, dann muss man auch wissen, an wen. Weil Bestechung funktioniert nur mit zwei Täterseiten. Und dann sind ganz schnell auch sicherlich einige europäische Vertreter mit dabei. Und außerdem muss man auch sehen, die Unterlagen, die bisher von der Sunday Times veröffentlicht wurden, gehen ganz klar gegen eine Vielzahl afrikanischer Verbände. Das tut der politischen Diskussion innerhalb und außerhalb der FIFA sicher nicht gut, wenn man jetzt nur diese Sache herauspickt und nicht sich andere Dinge anschaut, die durchaus auch in Europa, Nordamerika und anderen Kontinenten stattgefunden haben. Nun ist die Menschenrechtslage in Deutschland ja doch ein bisschen besser als in Katar. Vermutlich, das ist ja auch ein Aspekt, der vielleicht nicht richtig beachtet wurde. Ist die FIFA sich manchmal ihrer gesellschaftlichen, ihrer sozialen Verantwortung nicht so richtig bewusst? Also ich habe ja eben jetzt erst mal nur zu dem Thema Korruption gesprochen. Menschenrechtslage ist sicherlich etwas anderes. Da ringen ja die großen Verbände, auch das IOC im Grunde jetzt darum, wie gehen wir eigentlich zukünftig damit um, zum Zeitpunkt der Vergabe, aber auch dann über die Zeit der Vorbereitung. Wir haben die Diskussion um Sochi ja gehabt, vor zwei Jahren, die Euro 2012 in der Ukraine. Also solche Probleme stellen sich immer wieder. Ich halte wenig davon zu sagen, wir gehen nur noch in die 1, 2, 3, 4 Staaten, wo die Menschenrechtssituation in Ordnung ist, weil das kann eigentlich keine Position sein. Man muss schauen, welche Mindeststandards man als Voraussetzung setzt und dann aber auch versuchen, dass die Vergabe einer Veranstaltung und die Durchführung dazu führt, dass sich im Land etwas verbessert. Und da könnte Katar sogar ein positives Beispiel für sein, wenn man sich die Lage der Migrantenarbeiter dort anschaut. Kein Mensch hat sich darum gekümmert vor der Vergabe. Es ist nur jetzt wirklich in den Fokus geraten, dass dort etwas geschehen muss. Die internationalen Gewerkschaften sind aktiv geworden. Und es sieht im Moment ja so aus, als ob Katar darauf auch reagiert und das Kefala-System, was also zu dieser fast Sklavenhaltung führt, ändern will. Also man muss das weiter verfolgen, ob es wirklich passiert. Aber da liegt eine Chance drin im Positiven für die Migrantenarbeiter, um die sich vorher auch kein deutsches Unternehmen, kein sonstiger Politiker in all den Jahren zuvor gekümmert hat. Das mag ja sein, aber glauben Sie, dass die FIFA sich stark genug selber darum kümmert oder neigt sie nicht ein bisschen dazu, so ein Thema dann doch etwas unter den Tisch zu kehren, unter den Teppich zu kehren? Da hat es einzelne Äußerungen in die Richtung gegeben. Das ist aber inzwischen aufgefangen worden. Es war ja insbesondere auch Dr. Zwanziger, der mit den internationalen Gewerkschaften, ich glaube auch mit dem deutschen Vorsitzenden Herrn Sommer, dorthin gefahren ist und in Katar auch Gespräche und auch mit der FIFA geführt hat. Von daher hat die FIFA sich dann, wenn auch vielleicht etwas zögerlich und nicht rechtzeitig, nicht gleich, darum gekümmert. Und wenn jetzt etwas in Bewegung gerät, dann muss man eben sagen, das ist auch eine positive Auswirkung dann der WM-Vergabe. Das kann man nicht einfach dann vom Tisch wischen. Kommen wir nochmal auf Sepp Blatter zurück. Wie stark und wie mächtig sind denn Blatters Gegner? Könnten sie dem wirklich gefährlich werden? Es ist ganz schwer einzuschätzen. Es kann aus meiner Sicht passieren, dass es plötzlich eine Eigendynamik bekommt und sich dann auf einmal die Machtverhältnisse verschieben. Der Druck von außen ist ja sehr groß. Nach dem, was ich gelesen habe, über den Ablauf jetzt des Kongresses die letzten zwei Tage, ist Blatter auch nicht mehr ganz der Alte. Oder er ist jetzt eben richtig alt. Er ist fahrig, so stand es in einem Artikel. Also von daher hat er auch nicht mehr die ganz große Kraft und die Befürchtung, die viele Delegierte bei der FIFA haben, dass ohne Blatter alles instabiler wird. Ich glaube, diese Befürchtung wird irgendwann auch da sein mit Blatter, weil ein dann über 78-Jähriger, bald 80-Jähriger, der nicht mehr voll im Besitz seiner Kräfte ist, der so angeschossen ist, auch immer wieder dazu führt, dass die FIFA unter Beschuss genommen wird, der führt auch nicht zu stabilen Verhältnissen die nächsten vier Jahre. Und dann ist ein Neuanfang vielleicht wirklich besser. Die FIFA strebt eine Reform an. Was müsste denn aus der Sicht von Transparency International passieren, damit das Ganze, sagen wir mal, ein bisschen demokratischer und ein bisschen effizienter wird? Also ein paar Schritte sind ja schon gegangen worden. Es fehlt aber immer noch an Transparenz in vielen Bereichen, zum Beispiel die Offenlegung der Aufwandsentschädigung, die der Präsident und die anderen Mitglieder des Exekutivkomitees sowie der Kommission erhalten. Das muss auf den Tisch gelegt werden. Wo werden wie die Gelder verwendet? Wir brauchen dringend Amtszeitbegrenzungen, die eingeführt werden, damit sich auch nicht wieder solche Abhängigkeiten und Netzwerke bilden können. Und unabhängige Direktoren, die mit im Exekutivkomitee der FIFA entscheiden können, damit eben es nicht nur die Fußballer intern sind, sondern auch Leute von außen, die unabhängig nicht in die Netzwerke eingebunden, mit bei den Entscheidungen beteiligt sind. Darüber hinaus muss dringend auch der Prozess der Vergabe von Weltmeisterschaften reformiert werden. Da hat Blatter ja 2011 einen Schnellschuss gemacht, in dem er sagte, jetzt darf demnächst nicht mehr das Exekutivkomitee entscheiden, sondern der Kongress. Und damit haben wir alle Korruptionsrisiken im Griff. Das ist völliger Unsinn. Auch ein Kongress mit 209 Mitgliedern kann durchaus bestochen werden, beziehungsweise einzelne dieser Mitglieder für ihre Stimmabgabe. Und die Unterlagen, die jetzt gerade die Sunday Times veröffentlicht hat, die eben zeigt, wie versucht wurde, Einfluss auf eine große Zahl von Präsidenten und das heißt Delegierten aus Afrika zu nehmen. Die Unterlagen beweisen gerade, dass ein Kongress mit 209 Mitgliedern auch beeinflussbar ist im Hinblick auf eine Entscheidung. Und von daher müssen dafür noch einzelne Regelungen jetzt dringend erstellt werden. Wie realistisch ist es denn aus Ihrer Sicht, dass 2022 die WM in Katar tatsächlich stattfindet? Ich gehe im Moment davon aus, zu 95 Prozent, dass die WM dort stattfindet. Man müsste jetzt erst mal wirklich knallhart nachweisen und in einem rechtskräftigen internen Verfahren der FIFA feststellen, dass dort Korruption stattgefunden hat, dass das die Vergabe verursacht hat. Und dann müssten entsprechende Konsequenzen gezogen werden. Das dauert erst mal. Wir haben jetzt nur noch acht Jahre Zeit bis zur WM. Normalerweise wird eine WM sieben Jahre vorher vergeben. Also ein Jahr wäre noch Spielraum. Aber dann müsste eigentlich bereits im nächsten Jahr die Vergabe neu erfolgen. Dazu müsste es vorher eine Ausschreibung geben. Es müsste Bewerbungen geben. Und die FIFA müsste ihren ganzen Vergabeprozess reformieren, weil, wie ich eben schon gesagt habe, allein die Entscheidung durch den Kongress schützt nicht vor Korruption. Das ist schon zeitlich kaum mehr zu schaffen. Also insofern wird es sehr, sehr knapp. Silvia Schenk, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.